Und dann geht's weiter in der Klasse Ballen. Anstrengen für den Kampf im Moment zurück. Dritten fern ich sehen, dass es irgendwo Kohl rauscht. Weil das Auto so ein bisschen auffällig ist. Und wer ist an zweiter Stelle? Das ist der Andreas Klein. Herr Mayer. Hat jetzt nach anderthalb Runden schon fast eine Morpore-Vorsprung? Ich bin hier auf der Platz 3. Können wir noch was gehen? Nein. Da sind drei Spezial-Krostfahrer-Anzeuge noch. Gellert, die drücken wir aneinander. Da hat sie drücken. 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 Sie sind drücken. Soll das jetzt abdreißen? Ah, ah! Oh, 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 oh! 3,5-Jollgespräch da hinten kam, ungefähr dem 1.0. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020